Als Gastronom oder Betreiber einer Großküche müssen Sie heutzutage zwischen vielen Aufgaben jonglieren, mit dem digitalen Wandelschritt halten, Kosten senken, Personalengpässe ausgleichen, Bewohner, Patienten oder Gäste zufriedenstellen, Ihr HACCP-Konzept einhalten und nachhaltiger werden. Wir von TransGourmet Beratung und Konzept entwickeln gemeinsam mit Ihnen Ihr neues Verpflegungs- oder Gastronomie-Konzept. Ganz egal, ob Sie bereits über Waren, Wirtschafts- und Bestellsysteme verfügen oder Neueinsteiger sind. Wir sorgen für eine nahtlose Integration der Systeme oder haben eine maßgeschneiderte digitale Lösung für Sie bereit. Außerdem prüfen wir Ihr HACCP-Konzept auf Gesetzeskonformität und haben auch eine digitale HACCP-Lösung für Sie im Gepäck. Wir erkennen Ihre Herausforderungen und bieten innovative Ansätze im Umgang mit dem Fachkräftemangel und den ständig steigenden Kosten. Mit einem optimierten Energiemanagement, smarten High-Convenience-Konzepten und vielen weiteren Beratungsleistungen. Nicht zu vergessen, wir helfen Ihnen auch bei der Bio-Zertifizierung, einem klimafreundlichen Menüplan und Ihrem Abfallmanagement. Unsere individuellen Strategien führen Sie schrittweise zu nachhaltigem Erfolg. Wir von TransGourmet Beratung und Konzept unterstützen Sie bei Ihren Aufgaben, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.